Anschluss 2, Folge 2, wir sind immer noch im Museum in Istanbul und müssen da eine vermeintlich wertlose Lampe klauen. Wer hat denn da jetzt zu wem gesagt? Ich gehe rechts, du links, ich gehe jetzt mal links, oder? Ja, machen wir. Nee. Ich glaube, da kommt er. Jetzt hat er sich umgedreht. Jetzt habe ich noch ein Schlafittchen. Die aber, also diese Lampe birgt das Geheimnis der versunkenen Flotte von Marco Polo, die mit Schätzen beladen sein soll. Mit Polo-Hemden. Genau. Und irgendwie versucht jetzt gerade jeder jeden zu betrügen. Harry, Chloe und Nate wollen ihrem Auftraggeber, für den sie die Lampe klauen sollen, nicht sagen, dass das eigentlich viel wertvoller ist. Chloe und Nate haben irgendwie ihr eigenes Ding am Laufen. Und ich versuche die ganze Zeit Michi zu betrügen. Ich sage euch aber noch nicht wie. Aber es wird endlich ablaufen. Da habe ich ihn voll aus dem Bild getreten. What? Wo war der denn jetzt? Wo kommt der denn her? Wieso hat sich blindig um den gekümmert? Okay, wir sind fast da. Ich gehe rechts, du links. Du sollst schneller sein. Das ist auch ganz cool, adaptiv, je nachdem wo man ihn zerlegt. Mhm. Das wird er anders zerlegt. Das ist aber auch so, dass das Nahkampfsystem jetzt in dem schon ganz anders ist. Und auch diese Sachen, wie denen die Waffe abnehmen, wie cool das aussieht. Das ging im ersten Teil, glaube ich, gar nicht so richtig. Schade. Soll ich mich mal hier runterhangen? Wo ist er denn, der andere? Hier ist einer. Den muss ich schnappen wahrscheinlich. Schnappt die Pistole oder schnappt die Wache. Servus. Hä? Aha. Können wir den anderen schon kalt gemacht, oder was? Na dann. Okay. Wir sollten das jetzt aufbauen. Wir schnappen gerade unter. Wow! Wow! Nicht so schnell. Da ist ein anderer Alarm. Ah, großartig. Willst du diesen? Warte hier. Hier kommt. Die Augenbraue. Also, aha. Ach, hier wieder rot, oder wie? Rotes Kabel, rotes Kabel. Ende des roten Kabels. Ach, geht hier nach oben. Ja, muss da hochkraxeln, oder? Aber wo? Aber hier hoch? Geht das da? Ja, das war erst einmal ins Gitter, genau. Ja. Da macht natürlich diese neue unfassbare HD-Optik bei diesen ganzen Ornamenten an den Wänden schon was her. Okay. Es ist weg. Schau mal, einen haben wir sogar im Lieben gelassen. Okay. One, two, three. Okay, go. Du hast es. Ja. Das ist Harry. Okay, okay. Go ahead. Harry, Flynn. Hurry up. Hurry up. Easy. All right. We gotta cross this courtyard to get onto the roof. Okay. I'll just let you do all the asskicking, all right? Right. Ich würde dir gerne irgendwie taggen, aber es geht leider nicht. Geh zum Brunnen. Ich geh jetzt erst mal hier rüber. Wieso? Ja, weil ich die einzelnen ausknipsen will. Also, es geht nicht, oder? Es geht doch. Er guckt. Soll ruhig gucken. Kann ich irgendwas schmeißen? Nee, ne? Das Handtuch. Das bringt hier nicht so viel. Na, ich glaube, jetzt schnappen sie dich auch, wenn du da rausgehst, oder? Schnapp den Nate, heißt das Spiel. Schau mal, die sind gar nicht so, sie sehen gar nicht so gut. Entschuldigung. Fahre aufs Maul vielleicht. Ich glaube, du musst dich los machen und dann zuschlagen. Was war denn das für ein Bitch-Slab? Mit der Rückhand? Ja. Oh, der Schatz. Cool. Uh. Was ist denn das? Gürtelschnalle. Jetzt haben wir unsere Lehre in der vierten Klasse Gürtelschnalle erklärt, wie man Kinder richtig schlägt, das mit der Vorderhand, Vorhand. Ist eigentlich noch okay, Rückhand ist nicht so geil. Schnell, 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 bevor der Alarm schlägt. Ah. Mist. Na dann. Ich habe kurz, kann ich dir mal kurz sagen, was er gesagt hat, nämlich auf Türkisch so viel wie Alarm, Alarm. So viel Türkisch konnte mir hier... Oh, da sind die aber gleich in die Hände gefallen. Alarm. Alarm. Gut, dass wir kein Bett reingetragen haben. Ja. Entschuldigung. Sweet Dreams. Sweet Dreams. Wurden übrigens hier rausgemacht. Dann aber jetzt geschwind da hoch. Headbutt. Noch ein Headbutt. Und noch ein Headbutt. Und noch ein. Oh nein. Jetzt hat er schon gefunkt. Der telefoniert schon, gell? Der lässt den Lampe verworren vor lauter Panik. Ach Mist. Aber wie er ihn ist auch in aller Seele gewürgt hat. Und danach erst... Mist. Ich musste da gar nicht so rum lang, sondern... Oh. Da guckt der andere. Ja, ich glaube, ich bin zu Nassforsch. Das war schon gar nicht so verkehrt. Du musst nur zuerst den da unten, genau. Dabei hat dich nicht von dem Vorderen sehen lassen. Jetzt geh erst mal in Deckung, bis der kommt. Sweet Dreams. Ah, der hat dich, glaube ich, schon gesehen, oder? Ja, komm mal kurz. Ja, komm mal kurz. Was soll ich erst den Vorderen machen? Oder bin ich einfach nur zu schnell? Das kann auch sein. Warte halt, bis der andere sich schon wegdreht. Jetzt kannst du gehen. Das ist immer über ihn so drüber gehechtet. Und dann jetzt andersrum um den Brunnen wieder rum, um da hochzukraxeln. Ich glaube, du brauchst den Harry, dass ihr die beide gleichzeitig ausschalten könnt. Was meinst du? Muss ich, glaube ich, einmal hinhängen und dann schlagen, oder? Jetzt komm schon. Ach, komm! Weil der Nate so rumhampelt. Entschuldigung, ich werde ein bisschen laut. Geht das nicht anders eigentlich? Was ist denn mit den beiden? Lass doch die jetzt. Mach es halt so, wie du es schon fasst. Was willst denn du mir über Stealth erzählen? Hallo? Warte? Ja. Hier nur am Chivos Farm den ganzen Tag. Genau. So, und jetzt warte, bis der Harry kommt. Ja, da packst du halt den einen. Baxter Games. Und den anderen auch? Ja, ich hab nicht, ist noch Harry, oder wie? Ja, genau. Jetzt müssen wir nur einen Weg nach dem Fenster finden. Aha. Welcher Fenster? Es gibt viele Fensteren. Cool. Und wir sind drin. Oh, crap. Now what? Time to tip the odds. Back in our favor. Oh, that's brilliant. Guns? What are you thinking? Relax, Gandhi. They're tranquilizer guns. Totally non-lethal. Your conscience will remain unscathed. Sagt er, zum größten Massenmörder der Geschichte. Was, ne Waffe? Okay, a bit of advice. These things have lousy range, so we still have to get in close. You're okay with that? You know how to shoot a gun, genius. Alright. Alright, let's take these guys out. These are the ones that are not waiting for us to be expected. This is our goal. It's not our goal. It's going to be. Also wenn Uncharted 2 in Prequels zu Teil 1 gewesen wäre, der Kommentar vor Ort hat Sinn ergeben. Was? Waffen auf Leute? Das hatte ich gesehen. Nee, nee. Guck mal nach oben, der guckt die ganze Zeit. Guck mal, wie der guckt. Fär mal, wer da guckt. Komme ich denn da hoch? Was ist denn der da? Das reicht nicht, jetzt reicht es. So. Herrschaften. Wir müssen nach dem Weg gehen. Das könnte helfen. Nee, nee. Ich glaube andersrum, oder? Achso. Ja. Aber wo? Er sagt, das könnte helfen. Wo ist denn Harry? Give me your hand, will you? Der wartet da schon irgendwo. Aber wo? Achso. Ah. Wie ist denn die Beine so angewinkelt? Hallo. Hallo. Wir müssen uns auf die Beine so angewt. Wenn wir da hochkommen. Wir müssen da hochkommen. Wenn wir da hochkommen können. Wenn wir da hochkommen. Das ist ein guter, dass einer von uns vorhin dachte. Ja. Gut. Ja. Wir müssen uns auf die Beine so angewt. Aha. Alles gute kommt von oben. Hat er ihm schon gesagt? Was? Ich dachte, er würde ihn da jetzt noch stehen lassen. Weil Harry nicht mitbekommen hat, dass der schon tot war. Boah. Da geht's hoch, oder? An den... Ach ja, hier. Entweder das oder an den Pfählen, hätte ich gesagt. An dem Pfahl. Da ist auch Harry. Der ist schon auch ganz gut zu Fuß. Ich frage mich immer, ob so ein... Also gut, bei Assassin's Creed gab's ja den Koop-Modus, aber so ein Tomb Raider-Koop-Ding, so ein Schatzjäger-Koop-Spiel, ob das was wäre. Das wäre ganz toll. Bei Tomb Raider, dem Koop-Spiel ging's ja auch. Ja, aber das... Ich meinst ein Third-Person-Koop-Spiel. Ja. Fände ich total super. Aber da müsste es halt auch ausgeklügelt und sehr streamlined sein. Also ein Streamline im Sinne von viel Klettern, am besten ganz ohne Waffen und ohne Schießen, viele coole Rätsel. So wie es halt das Tomb Raider-Koop auch war, nur eben von oben. Okay, da ist die Tower. Geht in, oder? Ich freue mich, das Update, Captain Obvious. Das mit diesen orientalischen Ornamenten, das fand ich ja so geil in Assassin's Creed Revelations. Was ich ja immer noch für das Beste aus der Trilogie halt... Vielleicht auch grad deswegen, wenn die Umgebung da so cool waren. Wohin? Hast du mich da fallen lassen, oder was? Ne. Da möchte ich dir deine Meinung lassen und gleichzeitig vehement widersprechen. Ja, mach halt, was du willst, mir doch wohl. Achso, uah. Jedenfalls ist Brotherhood nicht das Beste. Doch. Nein. Doch. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Boah. Ja, genau. Natürlich. Uuh. Uuh. Oh, oh. Haha. Haha. Schön gemacht. Alright, mehr Donuts für dich. Wie die halt echt aufdrehen bei Naughty Dog. Mhm. Hast du wie viel Zeit da dazwischen ist, Zwischenteil 1 und 2? Ich glaube, 3 Jahre. Ne, 2 waren es maximal. Das ist von 2009. Und das 1 aber von 2007. Wir haben, wie gesagt, halt in dieser Doku, wo es dann heißt, dass die halt fast draufgegangen wären. Wie sehr sie halt... Oh. Der schläft. Dem geht's gut. Den haben wir nicht umgebracht. What the fuck? Einer unter dir? Wo ist denn einer unter dir? Achso. Das war ein Witz. Nö. Okay. Oh. Haha. Schon geil, wie sie erst rumscheißen, von wegen Januar hauen. Und du bist doch eben. Ach, hier war doch das mit dieser geilen Aussicht. Juhu. Schon hübsch. Schaut doch gleich ein bisschen schelmischer, gell? Mhm. Jetzt hier hoch oder wenig? Ne, ich glaube erst da drauf, auf den Kasten und dann auf den Turm. Und dann auf den Turm. Wow, aber wo? Auf den Kasten da. Ach, der Kasten. Ah. Ah. Great view. I can see your house. Let's get moving. Woah. Haha. Woah. Woah. Und dann bin ich vorher viel näher dran. Oh. Und dann bin ich vorher viel näher dran. Und dann bin ich schon wieder. ausknipsen? Ne, keine Reichweite. Aha. Wo ist er denn? Links. Entschuldigung, ich habe da eine Kugel für sie, für ihr Gesicht. Aber es sieht auch sehr bequem aus. Wie dieses eine Bild von wegen, wie betrunken kann man sein, wie der so auf dem Klo zusammensagt. Ah, viel besser. Das ist gar nicht dein Girl. Wer mein Girl ist, entscheide immer noch ich. It's Jessie's girl. Okay, we're clear. Ladies first. Ah, cute. Ah, hier ist es. Ja, da ist die Akustik. Bis zum nächsten Mal haben wir den Kasten geöffnet. Das Kasten wird weg. Wir so Ich habe das Glas zu bemerken. Keine Wurzungen, Mann. Voila. Okay. Wir sind sicher, dass es der richtige ist. Ich glaube, es gibt nur einen Weg, um herauszufinden. Entschuldigung, Marco. Okay. Es ist mit Zitonensaft geschrieben. Oh, wow. Es ist mit Zitonensaft geschrieben. Oh, wow. Okay, Joe. Als ob die Ozean selbst versucht, die Schimbala wegzunehmen, die wir von Schimbala haben. Die Schimbala von Chintamani. Was bedeutet das für dich? Schimbala? Oh, mein Gott, Flynn. Was? Marco Polo hat Schimbala gefunden. Shangri-La. Du bist so. Wenn sie die Schimbala gehören, dann wird es noch da sein. Voll geil, dass das Licht wieder angeht, sobald die Flamme ausgeht. Was machst du? Entschuldigung, Mann. Das ist, wo wir gehen. Warte, Flynn. Wir hatten einen Plan. Nein, du hatten einen Plan. Es ist so, dass ich einen meiner eigenen habe. Komm mal. Schau mir die Rope. Oh, ja. Genau. Du bist der Mastermind. Nur du überlegst eine kleine Detail. Du bist nicht, Partner? Also, was sollst du mich jetzt machen? Nein. Ich brauche dich aus dem Weg. Oh, scheiße. Du glaubst, ich wusste nicht über die Schimbala von Anfang an? Any schoolboy könnte das herausfinden? Flynn, hör mal. Mach es. Genie. Du bist so. Du bist so. Ah, ah. Noch nicht. Noch nicht. Ich will den Schäden einen schönen Headstar geben. Genau? Das ist meine Rope. Keine schweren Gefühle, oder? Ja, super. Ja, super. Überraschend. Jeder bescheißt jeden. Rollen. Rollen, 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 rollen. Achso, ich muss da ausweichen. Ja, und lauf dahinter. War jetzt zu langsam. Zur Seite. Ne, auch zur Seite. Ja, gleich doch mal hier rein. Also, mir wäre schlecht, wenn ich dich verfolgen müsste. Das ist ja der Trick. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Sehr gut. Na, Kanaldeckels. Ganz schön kräftig. Ja. Und. Heppah. Sind wir da auch reingekommen? Weiß nicht, die verfolgen mich bestimmt jetzt hier doch die. Kloake. Oh, das ist ja. Ja. Wirf to it, Echo. Den Schatz lasse ich jetzt mal liegen. Ich glaube jetzt nicht mehr zurück. Das ist erstes, zweite Level. Passt schon. Eine Drei-Komponenten-Entschuldigung gewesen. Tja. Wieso pausiert? Ich weiß nicht. uh... Musiili. Da hat dich ein wenigasseren Traber-Tack gemacht, cool. Ja. Wieso? Auf jeden Fall, ich bin ein geniore. Du bist hier gespielt worden. Oh, wirklich? Ja. Hey, hey, hey! Du hast hier verbrauchtet. Du hierverstierst. Oh, Sully! Hah, hi Nate! Oh, no! Sully, kick her out and shut the door, we're safer in here! Just wait a goddamn minute. Hear her out. Thank you, Victor. Hey, no offense, Sully. You're not exactly the best judge of character, especially, when it comes to women. Fair enough. All the same. Dear God! Oh, no, it's not that bad. Look! I have my own bucket! Hey, Sully, you see Nate just have a share. Listen, Nate, you know something? You know something I really appreciate you dropping by? Aber wenn du und Flynn nicht mich überrascht hast, ich hätte nicht in diesem Schithole in den letzten drei Monaten gewesen sein. Entschuldigung, wenn ich nicht... ...leapen in deine Arme. Ich hatte nichts zu tun. Genau. Ich habe gesagt, er wird mir nicht hören. Entschuldigung. Nate, sie haben die船 gefunden. In Borneo? Ja. Und die Chintamani-Stone? Wie wissen Sie das? Sie denken, Flynn könnte das aussehen? Okay, gut. Das ist ein guter Punkt. Nein, sie haben es noch nicht gefunden. Was heißt sie? Flynn und seine Klienten. Bazarovic. Du weißt, die Schmerzen. Sie haben zusammen zusammen gearbeitet. Okay, dann. Wenn sie die Stone nicht gefunden haben, dann bedeutet das, dass es noch Zeit gibt. Sie werden uns in die DIG-Site bringen. Wir werden das Schmerzen direkt von unten ausziehen. Sie werden es nie sehen. Ja, und wir werden zurückholen. Wie krass man sogar die Faser von den Klamotten erkennen kann. Ja. Sie haben es die Wälder der Wälder der Wälder. Sie sind ein Schmerzen. Wie ein Böden der Böden der Böden? Genau. Danke. Sully, hör auf das. In der Kirche der Schmabale liegt das größte, das in der ganzen Welt am besten. Ein Schmerzen der Schmerzen des Blüten. Ein größer als der Begründung des Mannes. Oh, das muss man sich lohnt. Millionen. Millionen Millionen. Und du sagst, dass es noch mehr ist? Es gibt noch mehr. Lezarevich hat einen Top-Dollar für Marco Polo's Journals. Er hat die Chintamani-Stone für Jahre altes. Wenn er auf Flinne betrachtet hat, es ist kein Wunder, dass er keine Glück hat. Wenn ich einen Schmerzen des Schmerzen des Schmerzen, kann ich diese Schmerzen finden. Ja. Ja. Das ist leichter zu sagen. Die Schmerzen sind in seiner Schmerzen. Und seine Schmerzen ist in der Mitte des Schmerzen. Es ist wie ein Schmerzen des Schmerzen. Es gibt alle Soldaten. Na ja. Das ist deshalb muss man sich in der Schmerzen. Von jemanden, die sie wissen und glauben. Oh. Okay. Ich verstehe, wo das geht. Ich brauche nur eine gute Version. Du gibst mir fünf Minuten in der Schmerzen. Das ist alles, was es dauert. Wirklich? Fünf Minuten? Das ist großartig. Ich brauche noch nicht, dass ich meine Topf ausführen muss. Chloe, ich dachte mir, mehr als eine Explosion. Oder das. Es kann sich umsetzen. Bist du da? Oh, ja. Ich war da, bevor du da warst. Chloe? Du siehst uns? Lauter und klarer. Zurück in den Dschungel. Wir sind nahe. Okay. Ich habe Schmerzen um den Schmerzen des Schmerzen. Du siehst nur die Schmerzen. Der erste sollte gleich vor dir sein. Oh, Borneo. Genau. Ähm. Und in diesem Dschungel darf Michi in der nächsten Folge die Sprengleitungen klar machen. Alles klar. Und wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wir sehen uns zu dem sehen. Aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.